Hallo liebe Wanderfreunde! Es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der dritten Etappe des Saarland-Rundwanderwegs. Die Tour hat etwa 24 Kilometer. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Du siehst nichts, du Krash-A-Frisier-Termin. Du siehst Du siehst. Okay. Wir haben die Kälte von Kälte und die Kälte von Kälte. Wählen wir die Kälte und die Kälte ausmachen, die Kälte ausmachen. Kälte am Kälte mit dem Kälte. und Jungen 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 Ja. Auf dem Dorschild steht, erst wenn man stolpert, achtet man auf den Weg. Hoppsa! Soll ich den Weg! Soll ich den Weg! Soll ich den Weg! Soll ich das? Ja. 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 Soll ich jetzt noch ein bisschen. 1, 2, 1, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 16, 18, 19, 20, 20, 20. Das war's für heute. Nach etwa zwei Kilometern, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns landschaftlich sehr gut gefallen. Die Wegbeschaffenheit, die war nicht so gut. Sehr, sehr viel Asphalt, eigentlich fast nur. Es war mal ein schmaler Pfad dabei oder auch eine Waldautobahn, aber das war es dann schon. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat bzw. dieser Wanderweg, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Alle machen's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020